Na du, schon mal Probleme mit einer Automatisierung oder einem Gerät gehabt und du wusstest nicht warum? Irgendwas wurde nicht wie gewollt getriggert oder hat sich einfach anders verhalten. Das kann dann gerade, wenn man eine Automatisierung hat, die etwas komplexer wird und mehrere Schritte beinhaltet, sehr nervig werden. Und wenn man dann eine halbe Stunde da reingesteckt hat, wirklich auch sehr frustrierend. Da rede ich aus Erfahrung. Wie gut das Home Assistant direkt mit einer Lösung dafür kommt, und zwar die Entwicklerwerkzeuge. Wie diese uns nun bei unseren Problemen helfen, das zeige ich dir jetzt. Also, wir befinden uns hier in meiner Home Assistant Instanz und ich habe tatsächlich die Entwicklerwerkzeuge, die sich wahrscheinlich auch schon links bei euch hier in dieser Leiste befinden. Ich weiß gar nicht, ob man da von Einstellungen auch dran kommt. Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Da Reparaturen wäre was anderes. Logs sind nur Logs. Ich glaube, ihr habt die auch standardmäßig hier. Ich weiß noch nicht, ob ich die damals selber hinzugefügt habe oder ob die nicht sowieso hier sind. Da bin ich mir gerade gar nicht mal so sicher. Und wir machen mal kurz einen Überblick darüber, was ihr hier alles machen könnt und wofür die ganzen Sachen nützlich sind. Und ich zeige euch auch ein Praxisbeispiel, was ich zum Beispiel hatte, wo ich wirklich verzweifelt bin und dann auch mal gedacht habe, ey, das weiß vielleicht nicht jeder, da sollte man doch am besten mal ein Video drüber machen. Zumal in den Kommentaren es häufiger vorkommt. Ich danke natürlich für jeden Kommentar, auch wenn es Probleme oder so sind. Ich versuche immer so schnell ich kann, darauf einzugehen, dass Leute halt auch mit Automatisierung, die ich zum Beispiel so gemacht habe oder die ein bisschen angepasst haben, irgendwie Probleme hatten, dass es nicht getriggert wurde. Eine Benachrichtigung wurde nicht gesendet. Und hiermit können wir eigentlich ein bisschen Abhilfe schaffen und ihr könnt schauen, woran hat er gelegen? Denn da fragt man sich natürlich immer, woran er gelegen hat. Also in dem Tab YAML, in dem wir uns hier gerade befinden, haben wir natürlich die Möglichkeit, das kennt ihr mit Sicherheit schon, zu gucken, ob eure Konfiguration in Ordnung ist. Das heißt, ob ihr in der Konfiguration YAML irgendwas gemacht habt, was Home Assistant dazu bringen würde, nicht mal mehr zu starten oder halt komplett kaputt ist. Und können natürlich hier unsere Home Assistant Instanz auch neu starten. Oder wir können auch nur Teile der Konfiguration neu laden lassen. Was übrigens auch sehr interessant und sehr cool ist. Bei mir hat es oft aber nur so semi gut funktioniert, weil selbst wenn ich hier dieses Restart gemacht habe und gesagt habe, schnelles Neuladen, was die YAML Konfiguration neu lädt, irgendwie wollte das manchmal nicht so ganz. Es gibt übrigens auch einen abgesicherten Modus, aber ich glaube, den musste ich noch nie verwenden. Dann wäre auch wahrscheinlich echt schon auf gut Deutsch die Kacke am Dampfen. Möchte ich nicht rausfinden. So, dann haben wir als nächsten Tab die Zustände, wo wir sehen können, wie der aktuelle oder auch letzte, oder beziehungsweise der aktuelle letzte Zustand von allen Elementen ist, die wir so haben. Das heißt, sogar von einer Automation Instanz, von irgendeinem Licht, von egal was. Weil wir sehen schon, dieser Scrollbalken hier rechts, der ist sehr lang. Der ist schon ordentlich lang. So, und wir sehen noch zum Beispiel, wann irgendwas zu last, äh, zu last. Perfekt. Zuletzt getriggert wurde. Und das wird sogar gespeichert, auch wenn es ewig her ist. Das heißt, wir sehen schon hier, ein Feueralarm, den hatte ich seit, äh, war ja nur ein Test, seit August 2023 nicht mehr. Und all solche Sachen. So, und dann, was zur Hölle bist du denn? Das ist bestimmt, das kann eigentlich nur Roborock sein. Irgendwas mit Roborock muss das zu tun haben. Ja, das wusste ich, die Map, weil diese ganzen, äh, Koordinaten, konnte nur das sein. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ansonsten, ihr könnt halt hier wirklich alles sehen, was gerade auch so, also was es gerade an Sensoren, was es an, an Werte gibt. Das ist schon mal wirklich auch nicht gerade wenig hilfreich, weil für jede kleine Entität seht ihr direkt, okay, alles klar. Klar könnt ihr auch suchen, aber hier gibt ihr direkt eine Übersicht darüber und es ist perfekt aufgelistet. Und wird uns auch noch eventuell hilfreich sein. Wir switchen dann sonst trotzdem erstmal Richtung Aktionen. Die kennt ihr vielleicht schon, weil alles, was es so gibt, was ihr in der Automatisierung etc. aufrufen könnt mit irgendwelchen Tools, könnt ihr hier auch machen. Das heißt, ich habe irgendwie, äh, eine Integration für AdGuard, Alamo, irgendwelche, auch, auch so Standardsachen wie eine Automatisierung. Anschalten, sie zu triggern, ein Backup zu erstellen, irgendwas von Battery Nodes. Im Prinzip alles, so, ich glaube, was hatten wir da sogar? Kamera, da stand irgendwas mit, mit Bewegungs, okay, Bewegungserkennung, aktivieren, deaktivieren. Also alles wirklich kann man hier auch machen. Was ist da mit Home Assistant gewesen? Ich gebe jetzt nur ein Beispiel, ich kenne ja natürlich nicht auswendig. Achso, das sind die Sachen von der Core Integration zum Beispiel, was hier steht. Irgendwas zu entfernen, das kann man ja zur Laufzeit mittlerweile von irgendeiner Area, irgendwelche Elemente zu entfernen. Das heißt, ihr könntet ja auch so automatisieren, aktuell nur wieder als Idee. Ihr wandert mit eurem Handy, ihr habt, ah, das Video ist ja jetzt schon gelaufen. Ihr wandert mit eurem Handy in einen anderen Raum, deshalb gehört das Handy jetzt zu Area so und so. Zu Area 51. Und genau solche Sachen könnte man damit einfach auch umsetzen. Irgendwelche Notifies, also Benachrichtigungen, die ihr senden wollt. Ihr könnt nur Nummern machen, ihr könnt alles, ihr könnt jeden Service hier testen. Könnt dann halt auch dementsprechend, je nachdem. Ich habe jetzt kein anderes Beispiel gerade gehabt, aber es ändert sich natürlich hier auch die Konfigurationsmöglichkeit, was ihr angeben könnt. Und ich sage mal so, am Ende des Tages habt ihr immer noch den YAML-Modus, wo übrigens auch noch Parameter beschrieben werden. Super. Und habt dann natürlich nochmal mehr Freiheiten. So, das nächste ist das Template. Hier ist es gut, weil wenn ihr mal so eine Karte geschrieben habt mit irgendeinem Template-Wert und ihr wolltet halt irgendwas angeben und habt dann gemerkt, äh, das funktioniert irgendwie nicht, dann kam immer ein Fehler oder ihr habt halt auf Speichern gerückt, weil ihr es gar nicht gemerkt habt im YAML-Modus von so einer Karte halt. Ihr konntet nicht alles machen, macht dann den YAML-Modus, dann stellt ihr das ein und dann ist ein Fehler und es funktioniert nicht. Das kann man umgehen, indem man direkt dieses Tool hier nutzt, weil hier könnt ihr direkt eure Variablen aufrufen. Das heißt, ich kann hier jeden x-beliebigen Sensor zum Beispiel mit diesen doppelgeschweiften Klammern, der Altpapiersensor, den kann ich mir hier nehmen. So. Okay, perfekt. Kann ich mir nicht nehmen, weil irgendwas nicht passt wieder. Ich glaube da, ich, 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 da, ich mache das in letzter Zeit aber auch so selten, dass ich das nicht mehr am Kopf habe. War es das nötig? Lag es daran? Aber ich glaube nicht, dass das daran liegt. Ich glaube eher, das liegt an meiner gewalten Inkompetenz gerade. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, das ist ein bisschen, äh, unangenehm. Aber ihr könnt auf jeden Fall einiges hierzu natürlich auch direkt nachlesen. Das heißt, wenn wir jetzt mal die beiden hier öffnen. Okay, das ist wirklich, Ginger 2 ist diese Template Engine, die dahinter steckt, womit man halt quasi so eine Art Programmiersprache für Templates, womit man halt Sachen feststellen kann. So ist hier nämlich ein perfektes Beispiel für euch. So was hattet ihr vielleicht schon mal, man will zum Beispiel sagen, ey, wenn jemand genau mit seinem Device Home ist, genau den Status Home hat, dann möchte man anzeigen lassen als Nachricht. Papst Franziskus ist zu Hause. So, und wäre halt, ist halt blöd, wenn man das testen würde und dann irgendwie hier so eine Klammer vergessen hat oder halt einfach die Syntax nicht kennt und dann hat man halt die Probleme, warum es nicht funktioniert. Und ich weiß auch wieder, warum es nicht klappt. Ich vergesse das immer wieder. Ich denke, ich kann immer direkt darauf zugreifen und man muss das ja per States oder States Attributes machen. So, und jetzt müsste es eigentlich gehen. Weil hier macht er ja auch das mit Relative Time und so weiter. Aber funktioniert irgendwie trotzdem nicht. Ich habe vielleicht gerade irgendwie wieder irgendeinen Fehler. Ist auch egal. So seht ihr aber definitiv, wie ihr es machen könnt und könnt die ganze Sache, auch wenn ihr hier zu viel gemacht habt, auch wieder einfach zurücksetzen. Ganz einfach. So, dann kommen wir zu noch einem wichtigen Punkt. Da steht schon etwas vorgenommen. Ereignisse. Alles, was ja so passiert, dann seht ihr ja schon rechts, hier sind einige Ereignisse, die es so gibt. Vieles löst ja irgendwelche Ereignisse aus. Das heißt, eine Automatisierung wird getriggert, löst ein Ereignis aus. Eine Batterie, wie wir das hier haben, von dieser einen Battery Notes Cards, wird, also die Batterie lädt mehr, also ist wieder höher geworden, gibt sofort ein Ereignis. Also es ist sofort getriggert worden. Dasselbe auch bei einem Call Service bei Einnehmen. Oder hier, State has changed oder sowas. Also es heißt irgendwie, es sind statt 24 Grad 25 Grad. All das hat immer ein Ereignis zur Folge. So, und wir können dann beispielsweise nämlich sagen, wir wollen zuhören, wenn sich irgendein Status verändert hat. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Wenn ich das jetzt mache, dann könnte direkt passiert was und da geht es schon los. Weil wir haben so viele Sachen hier, da tut sich natürlich die ganze Zeit was. Sowas wie, wann meine Steckdose zuletzt gesehen wurde oder mein PC und keine Ahnung was. Da wird immer was sein. Das ist jetzt natürlich nicht das beste Beispiel, aber so könnt ihr direkt sehen, okay, wird das getriggert, mein Ereignis? Ja oder nein? Und ihr könnt natürlich auch noch ein zweites Fenster aufmachen, wo ihr das dann, wo ihr zum Beispiel dann sagt, okay, starte eine Automatisierung. Wenn du diese Automatisierung startest, dann mach das doch und dann guckst du hier, okay, guckst du hier, ob das wirklich auch so durchgegangen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Auch mit den Elementen hier, die hier zum Beispiel steht, dann Last Change und so weiter und so fort. Die andere Variante ist nämlich, dass wir auch Ereignisse selber triggern können. So, und wie komme ich insgesamt jetzt auf diese ganzen Sachen? Ich habe nämlich vor nicht allzu langer Zeit einmal dieses Template hier, ich schiebe das mal nach links, einen Blueprint erweitert. Ich habe auch hier reingeschrieben, Originalum Exclude erweitert, weil von Battery Notes gab es direkt was zum Runterladen, dass man einen Blueprint hat, wenn die Batterie ersetzt wird. Dann wollte ich zum Beispiel wirklich eine Benachrichtigung kriegen. So, okay, alles klar, XY hat die Batterie, wurde jetzt ausgetauscht. So, mir ging es aber höllisch auf den Keks, dass seitdem in, warum auch immer, Battery Notes jetzt auch das iPhone unterstützt wurde, jedes Mal, wenn das iPhone geladen wurde, ich eine Benachrichtigung gekriegt habe, hey, da iPhone wurde Batterie ersetzt etc. Wo ich mir dachte, ja, nein, wurde nicht ersetzt, ist halt natürlich geladen und warum ist das überhaupt dabei? Habe dann einfach den Blueprint genommen, den versucht für mich zu erweitern, hier alles so gemacht und das hat einfach nicht funktioniert. Und ich war auch genervt und verzweifelt, woran hat er die gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage, ich sage natürlich immer, woran hat er die gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran er gelegen hat. Ich sage immer, woran er gelegen hat, weiß ich immer. Woran hat er gelegen? Und da kam dann eben genau dieses Tool. Die Entwicklerwerkzeuge, gerade was die Ereignisse angeht, kamen ins Spiel. So konnte ich dann nämlich sagen, ey, bitte genau hier diese Battery Notes, not reported sagen, aber hier, wenn man draufklickt, zum Beispiel not increased, oder increased, dann kann ich dem noch Ereignisdaten mitgeben und das habe ich dann in dem Fall beispielsweise auch gemacht. Das ist auch nicht wichtig, dass hier dann zum Beispiel noch das von dem Tab ist. Und habe dann gesagt, bitte trigger mir dieses Ereignis. Und wollte dann gucken, hey, nachdem ich den Blueprint gebaut habe, ist das jetzt immer noch so? Kriege ich wieder diese Benachrichtigung? Weil die Automatisierung hörte da drauf. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal reingehe, das werden wir jetzt glaube ich nicht so gut erkennen können. Ja, können wir nicht so gut erkennen, weil es halt eben der verdammte Blueprint ist. Und jedenfalls ist genau das eben, ich meine, es steht ja auch schon, when the battery is increased or increased, dann wird das halt getriggert. Und so konnte ich immer gucken, ob genau das, weil ich hatte ja genau dieses Device hier, ich habe alles halt genau so gemacht, ist am Ende dieses Device, habe ich genau excluded und trotzdem kam das immer. Und so konnte ich dann herausfinden, wo der Fehler liegt und wie ich das beheben kann, dass das irgendwie mal bitte aufhört. Und so könnt ihr das natürlich für alles machen, wie ich gerade gesagt hatte. Also wir können auch einen Status verändern. Wir können übrigens aber auch Zustände direkt unter Zustände ändern. Das heißt, wenn ich jetzt, also hier gibt es nämlich dieses Zustandsetzen und wenn ich jetzt irgendwo hingehe und, ja gut, Anzahl Lichter ist jetzt eine doofe Idee, weil er die automatisch mitzieht und auch sowas wie Außentemperatur oder so. Aber es würde in der Theorie trotzdem gehen, ich könnte das overriden, aktuell sind es draußen 14,9 Grad. Und ich könnte jetzt aber sagen, ich will, dass das 15,1 sind und würde damit natürlich auch wieder ein Ereignis triggern. Könnte dann auch noch beispielsweise darauf hören, sowas wie Stay Changed und wie gesagt mit mehreren Tabs arbeiten, einfach das mehrmals aufhaben hier, die Developer Tools und schon habe ich meine kleine eigene Testumgebung und das in meinem produktiven Smart Home System. Super, super nützlich. Statistiken kann man sich dann auch noch irgendwie angucken. Ich glaube, das ist sogar relativ neu. Ich weiß gar nicht. Aber da wüsste ich jetzt nicht den exakten Mehrwert, den es darbringen würde. Und Assist weiß ich gar nicht. Das ist mir auch ehrlich gesagt neu. Gib mir Sätze ein und wie sie von Home Assistant geparset werden. Sätze parsen, da weiß ich wirklich gerade nicht, was das ist. Der Fuchs im Wald geht nach Hause. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Szene, Fuchs im Wald, in meinen Schlots. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Können wir einmal zusammen gucken. Habe ich auch noch nie gehört. Satz-Parser von Home Assistant. Habe ich bis jetzt noch nie gebraucht und genutzt. Yumble-Parsing. Weiß ich nicht. Das ist mir... Also es kommt auch nicht direkt. Ich meine, wir haben ja jetzt mal so direkt gegoogelt. Vielleicht der Kollege hier hat schon ein Video darüber gemacht. Aber ich glaube nicht mal, dass das das ist. Das ist wieder was anderes. Nö. Könnt ihr gerne rausfinden. Wenn ihr es rausgefunden habt, könnt ihr es mir gerne sagen. Könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Ansonsten wäre das einmal der Crashkurs gewesen. Wie wir denn wirklich hier mit den Home Assistant Entwickler Tools debuggen können und Fehler beheben können. Probleme identifizieren. Jetzt weiß ich, was ich noch zeigen wollte. Ursprünglich, wenn man natürlich auch sowas gemacht hat, gibt es ja eben Traces. Und darüber überhaupt konnte ich auch zum Beispiel sehen, dass es getriggert wurde etc. Und dass zum Beispiel eine Condition nicht erfüllt wurde. Ich glaube, das kann man hier relativ gut unter... Genau, dann hatte ich das zum Beispiel hier gemacht. Meine Excluded Elemente. Ich glaube, irgendwo, wenn ich ja hier hingegangen bin, ich glaube bei dieser A, B... Jetzt habe ich leider keinen Trace. Der letzte ist wohl irgendwie von gestern Abend oder so. Und gestoppt, weil eine Bedingung fehlgeschlagen ist. Leider kann ich aber nicht sehen, warum oder wie. Normal kann man aber hier dann perfekt sehen, was genau dazu geführt hat. Ich glaube unter geänderte Variablen oder so. Eigentlich bin ich gerade... Ich muss ja manchmal selber hier rumklicken, weil ich es wieder vergesse. Aber normal kann man dann halt wirklich sehen... Hier, glaube ich, unter geänderte Variablen. Wer hat es getriggert? Das ist genau wieder der Kollege gewesen. Es war wieder dieses Gerät. Wieder das iPhone. Und da kann man halt sehen, das war der Trigger für Increased. Und da sind auch die ganzen Daten dabei. Dass es eben diese Device-ID war. Vorher war Batterie 55 und jetzt ist es Battery Level 80. Ja. Und es hat aber gut geklappt. Weil so wurde das halt nicht weitergemacht. Weil es eben zu den exkludeten Devices gehört hat. Weil es passt ja auch hier oben mit übereinander ein. Und so kann man das Ganze machen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.